Dramo, hinter euch, zweite Fahrzeug, ähm, dreimal Ural. Was? Wiederholgerät? Hinter euch, zweite Fahrzeug, Ural, wir wissen nicht, ob es Feind ist, ist es wahrscheinlich Feind. Wir aufsteigen. Kommt noch hinter euch zu, direkt hinter euch. Schießt das Ding zusammen, wir kommen aus Westen hinterher. Auf jeden Fall feuern. Feind, 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 klar. Ähm, dreimal drüber rumgucken. Ausgecharpteck, Ausgecharpteck. Ein Ami tot. Ein Ami tot, ein NATO ist tot. Sonst niemand, sicher? Pass auf, dass sie doch nicht verbrennen.